Wir haben bombenfeste Alibis. Das ist es? Das ist dein genialer Plan? Speine und Ohren ohne Gönnchen. Kontaktanzeigen? Ja, na klar. Ich nehme dein Frauenproblem wenigstens ernst. Ach, was Problem? Wette ist Wette. Und du musst dich mit jeder der drei Kandidatinnen treffen. Mein Name ist Vincenz Prälso. Herr Heimerl, ihr Besuch ist da. Und was ist mit der Liebe, die durchs Feuer geht? Liebe, Liebe, Liebelei. Ich wollte einfach nur, dass du endlich mal anfängst zu leben. Alkohol, Frauen, Partys und so. Oh. Na, 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 na. Na, 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 na. Ich wohne leider über Ihnen. Das ist zum Glück dein Problem, junger Mann. Erinnerst du dich noch an Monika? Dann weißt du, die ist in Wirklichkeit eigentlich auch ganz, ganz lieb und nett und hübsch ist sie ja auch. Herrlich. Chauvinistensack. Was? Sie hasst mich. Sie denkt, ich bin ein Schwein. Du passt eigentlich schon gut in ihre Moralverstellung. Da du dich aber in letzter Zeit nach außen etwas offener zeigst, passt du wieder nicht. Obwohl du sie eigentlich schon tust, weil das andere nur aufgesetzt ist. Ist das richtig? Ja. Und wo war jetzt nochmal das Problem? Da. Ja. Aua. Hälsen Sie mir. Ich bin wahnsinnig geworden. Ja, ja. Die Lieben. Bräsig. Raus. Na ja. Das Beste kommt eben immer zum Schluss. Und jetzt mehr Hautrufe. Ja, oder hier. Ein Paarheim für unterwegs. Scheiße auf der Sackbehaarung zeugt von einer Männerpaarung. Paarheim also. Anything. bitch. Du.